Norddeutscher Rundfunk 2021 Und dort, wo sie gesagt hat? Noch einmal! Und dann schicke ich euch zum Hausabort! Stell dir das mal vor! Das sind wir in sechs Jahren! Oh mein Gott! Stell dir das vor, dass wir zwei Maturanden an Maturprüfungen machen. Auch die fetten Bücher, die wir einfach nicht lesen müssen. Maturreise, die auch noch. Abschlusspartys, Maturfeier. Das wird sicher geil. Lass mich noch zu! Ja, ja. Wir haben einen ersten Fall von einer Ansteckung mit dem Coronavirus in der Schweiz. Der Bundesrat hat heute beschlossen, dass an den Schweizer Schulen der Präsenzunterricht aus dem Krieg eingestellt wird. Millionen Eltern in Deutschland werten sich von Anfang nächster Woche an selbst. In Italy, a terrible milestone. The death toll from Covid-19 in that country now more than 3,400, surpassing the death toll in China, despite Italy's much smaller size. Boris Johnson has tested positive for coronavirus. Boris Johnson has coronavirus. We don't know about the rest of his household. And then I see the disinfectant. It knocks it out any more. May I now recognize myself for questions about, is the worst yet to come, Doctor? Phew. Peace. I'm gonna see you at otherãn. л pon minus 15,000 Glas. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist ein Missverständnis. Bitte glauben Sie mir. Bitte. Es ist nichts. Ich bin gesund. Bitte glauben Sie mir. Es ist ein Missverständnis. 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 Untertitelung des ZDF, 2020